Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind jetzt das letzte mal vor dieser Tür stehen geblieben, die aber leider von dieser Seite nicht aufgeht. Na gut, gucken wir mal, ob wir den Eingang finden, ob wir dann hier rauskommen. Die Pilze hatten wir mitgenommen. Jo. Hier waren wir überall, muss ich jetzt aber vielleicht nochmal gucken. Bett schlafen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ok. Hab ich hier schon reingekommen? Oh, zweimal Salz. Und Einzelteile sechsmal, fast vergessen. Hoppala. Und Yield. Nach sowas. Man sollte doch echt überall hingucken. Gnobi, nehmen wir mit. Sind die Säcke geguckt? Machen wir gleich etwas mit Melos. Meine Fresse. In der Kiste war glaube ich nichts besonderes Was ist mehr drin? Weizen. Na nehmen wir doch mal gerne mit. Den Weizen. Bärenfälle, kann man die nochmal aktivieren? Hm? Viel Spaß Leute. Na ja, so viel Spaß wird den niemand mehr haben. So, ich würd sagen, gehen wir doch raus. Und dann sehen wir mal weiter. Was ein Enteral noch so los ist. Tja. Genau. Komm schon, Ladebildschirm. Hm, 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 hm. Ah, da sind wir doch. So, da vorne steht Jasper. Bitte. So, die Tür. Die Tür, die Tür, die Tür. Jetzt eine gute Pfeife. Okay. Ach, gut. Ich würd sagen, wir gehen mal hier drüben lang. Hm. Da wird schon etwas lichter. Ich pack mal die Fackel weg gerade. Das hab ich jetzt vergessen eben. Fackel, 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 Fackel. Da, weg damit. Okay. Hier waren wir glaube ich auch schon, ne? Kann das sein. Ich glaube, hier sind wir auch eher... Genau, hier steht der Tisch. Was liegt denn dort? Mhm. Gift ranzig. Okay. Ach, der Jasper geht mir ein bisschen... Also, das mit dem... Das mit dem Begleiter ist ja gut und schön, aber ich meine... Müssen die eben so nahe kommen? Das grenzt ja schon fast an Stalking. Eine Laterne. Was ist denn das? Ein Rechen. Okay. Ein Rechen. Ein Dietrich. Yield. Noch ne Pulle. Ich hab jetzt leider nicht geguckt, was da stand, aber ich glaube, das war ein Magikertrank. Oh, Eisnerz. Nice. Ah, Kotzenasio. So. War hier noch was? Ähm, ich würd sagen... Außer'm Weg nicht... Viel. Achso, okay. Was ist das dort? Hä? Wer hat denn die gemeuchelt? Gut. Okay, die hat nix. Hä? Achso, stimmt. Das war ich. Stimmt, wir kamen ja von hier. Ähm, ups. Ja, okay. Also geht's da drüben schon mal nicht weiter. Da drüben war aber die Tür. Hm. Na gut. Ich hätte jetzt echt gerne eigentlich noch gewusst, wo die Tür hinführt. Ich denke mal, dass es vielleicht da unten irgendwo ist. Oder vielleicht sogar auf der anderen Seite des Berges. Aber na gut. Gucken wir später. Vielleicht kommen wir durch Zufall ja dahin. Den haben wir auch schon. Ja. Das war auch noch einer von den Typen. Also dafür, dass da so viele Betten standen, waren das eigentlich ganz schön wenig, muss ich mal sagen. Mal kurz jucken. So. Da ist ne Brücke. Okay, noch ein Lager. Bauplan. Stahlharnisch. Okay, effektiv der 20. Panikrank 2. Okay. Also hier lebt man uns halt echt über die Bücher. Ähm. Geht das jetzt hier runter? Ist hier der Weg? Ich wusste es. Ich wusste es. Entschuldigung dafür, Leute. Jetzt seh ich mein Pfeil grad nicht. So. Später. Das tut mir jetzt echt leid. Sorry dafür. Oh. Schmetterling. Aber ich konnte es mir fast schon denken. Aber ist egal. Wir spielen jetzt weiter. So. Die Gegend ist so nice. Also. Echt mal Leute, oder? Das sieht so cool aus hier. Ey Schmetterling. Meiner. Schmetterlinge sind ja draußen echt rar geworden. Muss ich mal sagen. Also nehmen wir jeden mit, den wir hier finden können. Zack. Ist vielleicht nicht grade förderlich für die Population, aber... Ähm. Ja. Das ist Eisen, oder? Was ist das? Was ist das? Oh ne, das ist Corundum. Na komm. R. Falsche Taste. Entschuldigung. Ähm. E. Ach Jasper. Das ist ne Nase. Achso, ich müsste meine Kapuze mal wieder aufsetzen. Stell ich grad fest. Mit Erschrecken. Na komm Mädel. Schneller. Ok. Gut. So, dann tun wir das doch gleich. Bevor ich's wieder vergesse. Mal die Kapuze tauschen. Zack. So. Ähm. Das klingt sehr nach Wolf. Würde ich feststellen wollen. Was ist das denn? Zwei Hände? Ok. Das war der falsche. Hatten wir nicht auch, ähm, Einhandschwerter davon gefunden? Ich bin mir grad nicht sicher. Ok. Moment. Ich muss mal gucken eben. Entschuldigung, dass mir das in der Aufnahme passiert. Ach, das ist echt doch. Das sind bloß Zwei Hände. Ach, schädig. Kack. Ok. Gut. Ja, ich bin's durch Skyriming gewohnt, dass die, dass die Zwei Hände so schräg da hängen. Alles gut. Ok. Dann tun wir das doch wieder tauschen. Altes Schwert. Wo ist es denn? Hab ich das schon rausgeschmissen? Ach, ich bin doch ein... Nubi. Sag's ruhig. Was? Shit. Hab ich's noch weggeschmissen? Klar. Warum nicht? Ach ja, das ist nicht mein Tag heute. Favoriten. Den Dolch kannst du auch knicken. Gut. Belassen wir's dabei. Was bist du? Leiche eines... Grabräubers. Ok. Stahlpfeile. Dolch. Albrechner hat einen langen Bogen. Hat die mir nicht viel genutzt. Eine Schüssel. Da ist eine Höhle. Ok. Wirds ziemlich blutig. Oh man Leute. Ich ahne was. Ja. Genau was ich dachte. Scheiße. Scheiße. Oh. Nice. Ja. Ich würd's auch nicht mehr aufleben. Wo ist er denn? Hallo? Was haut der ab? Ist der leer? Ne. Nehmen wir mit. Was denn jetzt? Wieso schleiche ich denn? Hallo? Wieso geht's hier bitte nur noch? Hab ich irgendwie Caps Lock gedrückt oder sowas? Ne. Also irgendwas ist halt grad ziemlich ein bisschen im Argen. Ja. Merke ich grad. Hallo Mädel. Lauf doch mal wieder. Ich kann grad nicht rennen. Das tut mir echt leid. Was ist das denn? Ok. Das war das. Ich weiß grad echt nicht was ich aus Versehen gerückt hab. Tut mir echt leid. Ach. Ich bin zu schwer. Ok. Alles klar. Jut. Dann werden wir wohl uns von einem Hammer verabschieden müssen. Ok. Das ist mir neu. Das wusste ich jetzt nicht. Hm. Was? Jasper. Hm? Wo ist er denn? Hä? Äh. Ok. Oh what the fuck. So du Sack. So nicht. Du Lump. Ach Jasper steht dort. Ja. Familiengruft. Keldon. Hm. Ok Leute. Dann würde ich mal sagen, wir machen einen Sicherheitssafe. Und dann gehen wir da rein. Ach. Ich hab immer bloß, dass die Ladebildschirm nicht so sehr rumspacken heute. Ok. Das ging richtig schnell. Da bin ich ja beruhigt. Wow. Shit. Ich hab die Falle nicht gesehen. Obwohl Falle würde ich das jetzt nicht nennen. Ok. Moment. Ich mach euch mal ein bisschen Licht. Bei mir persönlich ist das auch grad ein bisschen zu dunkel. Und ich weiß, wie das auf YouTube aussieht. So. Haben wir doch schon mal ein bisschen Licht. Was haben wir hier? Ok. Da ist grad was aufgewacht. Ja. 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 Ha. 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 Autsch. Herrlich? Verdammt. War ich jetzt echt so nachlässig? Shit. Das ist natürlich... Nicht gut. Na gut. Aber wir fangen ja Gott sei Dank hier an. Ähm. Was? Tsch. Ok. Ich glaub wir sollten ein bisschen schleichen. Ah gut. Das bringt nix. Der kommt trotzdem. Ok. Das war der der uns grad umgeklatscht hat. Ja. Sterben gehört auch dazu. Ok. Das sind zwei... Oh. Verlorene. Ok. Ich muss da wieder was wegschmeißen. Ach ne doch nicht. Ok. Bin noch nicht zu schwer. Ich dachte schon. Oh ne. Ach jetzt hab ich aber die Fackel vergessen. Nicht blöd man. Entschuldigung dafür. Ok. Was haben wir hier? Ne Schere. Hm. Einmal Yeld. Alter Stoff. Ja. Ich weiß jetzt nicht ob wir den brauchen aber ich lass ihn jetzt mal liegen. So. Oh. Nice. Seelenvolle. Noch was. Ja. Kelch. Ja komm. Den Kelch kannst du behalten. Äh. Grabschündung im großen Stil hier. Ja. Ich trag zu viel. Ich weiß. Alles klar. Ich kann damit umgehen. Oder auch nicht. Wenn ich das mal mache. Dann schmeiße ich halt wieder was weg. Ja. Den Kerzenstatter lassen wir jetzt mal stehen. Ich glaube ich weiß wo der Typ die Schüssel geklaut hat. Nämlich hier. Und wer weiß was in der Schüssel drin war. Ich muss jetzt leider wieder was wegschmeißen. Tut mir echt leid. Haben wir dann noch Rüstung doppelt? Irgendwas schweres. Ja. Also schwer war das jetzt nicht aber. Immerhin war es was wir so doppelt haben. Das sieht aus wie ein Ofen. Also ich glaube mal hier wird es noch richtig lustig. Bin mir jetzt nicht sicher. Tja. Okay. Ähm. Ich werde mal schnell was tun. Und zwar. Ähm. Ausdauer. Okay. Fieber. Fieber auf 13. Das geht aber noch. Wir haben eine Ambrosia. Hm. 20%. Ne. Das ist noch nicht. Okay. Trinken wir noch einen. Warte ich mach nochmal ein Sicherheitssafe. Oh okay. Das wird definitiv lustig hier. Ah. Der beschießt mich schon fett mit Pfeilen hier die Sau. Okay. Sie blockt mit der Fackel. Das ist jetzt nicht ganz so effektiv. Na komm schon. Oh. Eiseschwertknochenmehl. Okay. Wir switchen mal kurz um. Ach. Wir haben ja noch das. Achso. Das ist Heilung. Okay. Ja. Okay. Dann können wir dann mal den Bogen heilen. Wenn jetzt. Aua. Du Schwein. Oh man. Der Junge ist gut. Shit. Epischer Bogenkampf. Ja. Obwohl Episch was anderes ist. Alter. Echt jetzt? Okay. Ach. Der hat halt bloß eine Picke dabei gehabt. Meine Fresse. Was geht denn hier ab? Joli. Was haben wir hier? Kelch. Oh man. Oh man. Da liegt ein Pfeil. Eisenpfeil. Der Typ ist aber leer. Und da ist eine Tür. Schauen wir wieder eine Tür. Hm. Zwölf. Eine Schaufel haben wir schon. Lehrling. Moment. Bevor wir da durchgehen. Yeld. Ah ich könnte auch er drücken eigentlich. Na gut. Ja. Weinen. Nee. Äh. Sorg. Okay. Das ist das. Ähm. Ja. Ähm. Nee. Also ich schleppe ja alles mit aber keine Schädel. Also das ist. Das geht gegen meine Natur. Muss ich mal feststellen. Das ist noch eine Tür. Äh. Okay. Wir gucken jetzt erstmal hier kurz. Ich höre schon wieder was. Achso. Moment. Ich wollte ja mal den Stab benutzen. Okay. Da heilt andere der Stab. Alles klar. Dann können wir aber gleichzeitig. Ähm. Ach den hatte ich auch schon drauf eigentlich. Glaub ich. Wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. Ähm. Heilung war doch immer hier oder? Göttlicher Schild. Das kennt man mal zum Beispiel. Das ist doch nicht schlecht. Den nehmen wir mal auf die linke Hand. Wo war jetzt Heilung? Heilung war immer das. Genau. Was ist das? Absorbiert drei Punkte. Leben vom Ziel. Na ja. Ist jetzt nicht so effektiv finde ich. Na genau. Wir bleiben dabei. Das doof ist halt, dass sich die Magiker so langsam regeneriert, dass man wahrscheinlich nicht mehr kommt das Schild einzusetzen. Ja. Wir haben zu wenig davon. Also müssten wir mal kurz trinken. Hiervon nochmal acht. So. Okay. Und dann nehmen wir wieder unser Schwert. Und jetzt haben wir ein Schild. Das hätt ich vielleicht erst nach dem Knacken machen sollen. Aber wir haben immerhin schon elf Dietriche. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich mach nochmal einen Sicherheitssafe. Ah. Kelch. Ja. Kappe. Leer. 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 Ist ja in der Kopf wo alles rum wandert. Eigentlich nicht ungewöhnlich. Dass da was leeres dabei ist. Auf ihn mit Gabriel. Der wusste gar nicht wo es herkommt. Der wusste leider nicht wo es herkommt. Würde ich sagen. Also was heißt leider. Glück für uns. So. Was gibt's hier schönes. Ah. Geld. Geld. Gesellenbuch des Taschendiebstahls. Nice. Was ist das? Encodoria. Arcania. Magica 2. Magica 2. Oh. Entschuldigung. Falsche Taste. Lesen wie gehabt. Frostwind. Rang 1. Ok. Ich weiß jetzt gar nicht ob wir den schon haben. Hoppala. Ach mein Schild ist weg. Kleidung. Ach ne doch nicht. Es hat sich vermutlich nur erhöht oder was. Keine Ahnung. Es läuft immer noch ab. Rechts. Oben. Ok. Ich hab mir jetzt hiervon ein bisschen mehr erwartet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Gerade weil die schon verschlossen war. Oh. Also Entschuldigung echt dass es so dunkel ist. Aber. Ja. Das nenn ich mal ne Falle. Die lässt sich nicht nur einmal aus. Sondern mehrmals. Bäm. Ins Gesicht Alter. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Den treff ich jetzt nicht. Nein. Den treff ich jetzt leider nicht. So. Fünf. Eins Komma fünf meine ich. Schade dass wir uns noch nicht drücken haben. So. Dieses Schleich levelt. Na gut. Man kann nicht alles haben. Ok. Ach. Ich seh was. Ach verdammt. Echt jetzt. Shitty kack. Ok. Dann machen wir es jetzt noch. Ich glaub das hätte man vielleicht wieder erst nach dem Looten machen sollen. Wenn man es denn noch vor gehabt hätte. Ja. Auch die Pfeile nehm ich mit. Pfeile sind immer gut. Ja. Ich will jetzt bei ihm leist es liegen. Beim anderen nehm ich es mit. Ich weiß auch nicht was los ist. So. Haben wir hier jetzt noch irgendwas. Ich steck jetzt mal die Waffe weg. Und hol mal die Fackel wieder raus. Irgendwie ist mir das grade echt zu dunkel. Ich möchte dass ihr auch was davon habt und seht. Fackel. So. Wie siehts aus. Ohne. Oh. Nice. Ohne gut gefüllt. Jawoll. Ohne leer. Hier liegt jetzt nichts. Oder? Sieht zumindest nicht so aus. Sorg. Äh. Ja. Knochenmehl und Schädel. Na gut. Lass drin. So. Hier gehts wieder hoch. Mal bei den schon. Ah. Ah. Den haben wir wahrscheinlich doch noch mit dem. Mit der Falle ausgelöst. Äh. Ausgeschalten. So. Aber ich würde sagen wie es hier weiter geht. Ne. Ich weiß ich bin fies. Sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Daumen. Äh. Quatsch. Daumen. Kommentar. Und. Ja. Bis dann. Bis dann zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.